Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy4Campus und in diesem Video geht es darum, wie du dir schnell medizinische Fakten mit Hilfe der Körperrute einprägen kannst. Vielleicht kennst du das letzte Video, wenn nicht, verlinke ich dir das hier oben oder in der Beschreibung, dann schau dir das auf jeden Fall ja im Vorfeld noch an. Denn in diesem Video möchte ich dir ein ganz konkretes Beispiel geben, wie du dir mit Hilfe der Körperrute schnell und notfallmäßig und sicher Fakten einbringen kannst. So, zu Beginn noch mal ganz kurz eine Wiederholung, was ist die Körperrute überhaupt? Die Körperrute ist eine spezielle oder Sonderform von Gedächtnispalästen. Bei Gedächtnispalästen weißt du ja schon bestimmt, wenn nicht, schau dich gerne mal hier auf unserem YouTube-Kanal zu diesem Thema um. Und zwar geht es bei der Körperrute darum, dass du dir im Vergleich zu den normalen Gedächtnispalästen keinen Raum heraussuchst, sondern anstelle dir deinen eigenen Körper oder den Körper von einer anderen Person zu Hilfe nimmst. Und an diesem Körper, wie sonst bei einem normalen Gedächtnispalast in den Räumen, wandelst du die Lerninhalte in ein Bild um und diese Bilder legst du dann normalerweise in deinem Raum, ja sag ich mal, ab. Und in unserem Fall mit der Körperrute legst du die Bilder eben an deinem eigenen Körper oder eben an anderen Körperregionen und so weiter ab. Und in diesem Video möchte ich dir ganz konkret zeigen, wie du dir die Schizoiden-Symptome nach den ICD-Kategorien oder Kriterien ja einprägen kannst. Und zwar werden wir uns davon fünf Stück merken, die restlichen kannst du dann als Übung gerne dir selbst noch einprägen, aber ich denke, das zeigt dir mal, wie du wirklich so ein konkret medizinisches Beispiel wirklich mit der Körperrute dir einprägen kannst. In dem Video, wo ich dir verlinkt habe, da haben wir ein ganz simples, banales Beispiel mit einer Einkaufsliste gemacht, aber in dem Fall möchte ich dir eben zeigen, weil es dich wahrscheinlich interessiert, wie so ein Beispiel eben wirklich aussehen kann in der Anwendung, wenn es eben wirklich medizinisches Wissen ist. Und vielen Dank an der Stelle nochmal an den Kommentar, der im letzten Video geschrieben wurde, denn ich habe aufgerufen gehabt, mir ein Beispiel zu nennen und die Schizoiden-Symptome, die wir uns jetzt hier einprägen, kam eben auch so in den Kommentar von euch. Also vielen Dank, ich freue mich, wie gesagt, prinzipiell immer eh über Kommentare, aber nochmal vielen Dank für den Themenvorschlag, den ich hier in diesem Video gerne aufgegriffen habe. Also los geht's. Merken wir uns jetzt also mal fünf bis sechs Kriterien, die eben, oder Symptome, die eben eine schizoide Persönlichkeitsstörung ja aufweisen kann oder Personen, die eben so eine schizoide Persönlichkeitsstörung haben, ja, diese Symptome können eben auftreten. Wie gesagt, das ist nicht vollständig, ich möchte jetzt auch gar nicht genau auf den medizinischen Hintergrund eingehen, sondern in dem Video soll es einfach darum gehen, wie kannst du jetzt so fünf, sechs Fakten mit der Körperroute dir einfach schnell einprägen. Okay, das erste Kriterium ist, oder eines der Kriterien, dass die Person nur Spaß oder nur wenig Spaß an sehr wenig Tätigkeiten hat. Und wir haben ja gesagt, wir prägen uns diesen Fakt jetzt oder die folgenden Fakten mit unserem Körper ein. Und wie im angesprochenen Video, im letzten Video, ging es eben darum, dass wir gesagt haben, okay, wir prägen uns die Sachen an unserem Körper ein und gehen den Körper von oben nach unten ab. In unserem Fall der erste Rutenpunkt oder markante Körperteil oder markante Körperregion waren eben der Kopf bzw. die Haare. Dann sind eben die Ohren gekommen, dann die Augen, die Nase, der Mund, der Hals und so weiter. Also als erstes möchten wir den ersten Fakt uns an den Haaren einprägen. Wie gesagt, das erste Symptom oder Kriterium ist eben, dass man ja wenig Spaß an nur wenig Tätigkeiten hat. Und das wollen wir jetzt eben mit unseren Haaren, mit unserem Kopf verknüpfen. Und da kannst du jetzt überlegen, okay, kommt hier irgendeine Assoziation, vielleicht klingt der Begriff oder die Begrifflichkeiten phonetisch an etwas, was bildlicher ist, was man sich gut vorstellen kann. In dem Fall würde ich mir vielleicht so eine Person vorstellen, die ganz gelangweilt in unseren Haaren herumkriecht und ab und zu vielleicht mal so den Kopf rausstreckt und mal leicht grinst und dann wieder eher traurig ist. Oder vielleicht weint dann die Person und meine Haare sind ganz nass und ganz feucht, weil dieser Mensch vielleicht traurig ist und nur wenig Spaß und Freude hat. Und wenn er sich den Kopf aus den Haaren streckt, dann eben lächelt. Und das Ganze soll uns quasi als Merkhilfe oder kleine Esselsbrücke dienen, dass wir uns einprägen, okay, ein Kriterium ist eben, dass die Person wenig Spaß hat bzw. nur wenig Freude an wenigen Tätigkeiten hat. Okay, weiter geht's. Der zweite Körperpunkt oder Stelle waren eben die Ohren, wenn wir eben den Körper weiter runter gehen. Was passiert an den Ohren und was wollen wir uns da einprägen? Ja, das zweite Symptom ist eben, dass betroffene Personen ja ihren Ärger schwer ausdrücken können und zärtliche, warme Gefühle einfach nicht so zulassen können. Und das möchten wir jetzt uns mit unseren Ohren verknüpfen. Du könntest dir jetzt vielleicht vorstellen, vielleicht ist da eine Person oder du selbst möchtest das Ohr streicheln und tust dir total schwer, das irgendwie warm oder zärtlich zu berühren. Stattdessen beißt du vielleicht in dein Ohr oder dir beißt jemand in das Ohr. Das soll eben darstellen, dass es nicht so zärtlich ist. Und außerdem können wir uns vielleicht noch einprägen, dass so eine betroffene Person ihren Ärger schlecht ausdrücken kann oder zeigen kann, dass sich die Person dann hier eine Person in unser Ohr krabbelt und in unserem Ohr vielleicht dann laut herumschreit und seinen Ärger rauslässt. Und eben nicht draußen, sag ich mal, außen, wo die Leute einen sehen würden, sondern in unserem Ohr versteckt sich die Person, um dort erst seinen Ärger freien Lauf zu lassen, was eben dafür stehen soll, dass solche Personen ja ihren Ärger nicht so ausdrücken können oder zulassen können. Und eben am Ohr, dass man eben ja das Ohr nicht zärtlich berühren konnte oder sogar uns reingebissen wurde, was eben dafür stehen soll, dass solche Personen ja nicht so zärtlich warme Gefühle zum Ausdruck bringen können. Und das dritte Symptom ist, dass solche Personen sehr gleichgültig Lob und Kritik ja annehmen. Und das können wir uns vielleicht so merken an unseren Augen, was ja der dritte markante Gegenstand quasi oder markante Punkt an unserem Körper darstellt, dass man am Auge sich vorstellt, okay, vielleicht sehen wir mit unseren Augen lauter Leute, die uns loben, die Kritik üben, aber unsere Augen sind ganz starr, die Pupillen tun keinen Mucks, werden weder größer noch kleiner, reagieren komplett gleichgültig, ohne dass irgendwas passiert. Und wir sehen aber mit den Augen, wie wir mit Lob und Kritik vielleicht überhäuft werden. Und da sitzt vielleicht jemand im Auge auch ganz neutral und nimmt es einfach komplett neutral hin. Und so merken wir uns eben, dass solche Personen Lob und Kritik einfach neutral aufnehmen oder wahrnehmen. Dann ein weiteres Kriterium bzw. Symptom ist, dass betroffene Personen eben Tätigkeiten präferieren, die sie alleine durchführen können. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, als nächstes sind wir bei der Nase, nach den Augen, die Nase, wie du dir vielleicht einen Popel vorstellst in der Nase, der ganz alleine ist und sich freut, dass er alleine ist und spieler vielleicht an seinem Handy. Es ist vielleicht irgendwie ganz eklig, weil du diesen Popel rausziehst und denkst, ach, das war nur ein Popel. Also es geht darum bei den Gedächtnispalästen, bei der Körperroute, dass du Sinne, Emotionen mit einbaust, denn je skurriler, ekliger, verrückter, lustiger es ist, umso besser kannst du es dir einprägen. Und so einen ekligen Popel in der Nase kann man sich einfach ganz gut einprägen. Und dadurch, dass du dir gemerkt hast, dass er eben einsam ist, vielleicht liest der kleine Popel da ein kleines Buch oder spielt nur am Handy. Also irgendwelche Tätigkeiten, die der Popel alleine macht. Und so kannst du dir mit der Nase merken, ach ja, Tätigkeiten, die man alleine machen kann, bevorzugen eben solche Personen. Beziehungsweise können solche Personen ja aufweisen. Bei den ganzen Symptomen und Kriterien geht es natürlich nicht darum, dass die Person oder so eine betroffene Person, die alle hat, sondern es ist eine Auswahl an Symptomen, die eben so eine Person aufweisen oder zeigen kann. Dann das nächste Kriterium ist die übermäßige Inanspruchnahme von Fantasie. Wie merken wir uns das Ganze? Als nächstes kommt der Mund. Am Mund kannst du dir vielleicht merken, wie du den aufmachst. Und in deinem Mund ist vielleicht ganz fantasievoll ausgedachtes Paradies. Überall sind irgendwelche Schokobrunnen oder was du gerne magst. Und in deinem Mund ist einfach ja alles total fantasievoll, was du dir da ausdenkst, was du da die leckersten Sachen ja du isst und dir in den Mund schiebst. Und so kannst du dir merken, ach ja, was war da an dem Mund? Ach ja, viele fantasievolle Sachen, die du dir ausgedacht hast, die du isst. Und weißt dann so, ach ja, solche Personen können eben ihre Fantasie sehr in Anspruch nehmen. Du kannst es dann immer weiter noch ausschmücken. Vielleicht zapperst du dann schon sehr und das ist vielleicht auch eklig, weil das so leckere Sachen in deinem Mund sind. Wie gesagt, je extremer, je skurriler, umso besser ist es. Dann als letztes Kriterium, dass wir uns noch einprägen möchten. Wie gesagt, das sind nicht alle. Du kannst den Rest dann dir einfach weiter am Körper noch einprägen. Als letztes möchten wir uns einprägen, dass solche Personen oft sich keine engeren Beziehungen wünschen oder haben oder auch Freundschaften. Und das kannst du dir als nächstes eben am Hals einprägen. Und da könntest du vorstellen, wie vielleicht diese Person hier ganz alleine um den Hals läuft und vielleicht den Hals umarmt. Vielleicht, dass du fast keine Luft mehr bekommst. Und der Hals könnte vielleicht die eine Person darstellen, die sie vielleicht meistens nur haben, wenn überhaupt, die so eine Person bei einer schizoiden Persönlichkeitsstörung eben aufweisen kann. Und der läuft vielleicht öfters ganz einsam um den Hals herum. Und wie gesagt, vor Einsamkeit umarmt er dann den Hals. Und der Hals könnte dann diese eine Person oder diesen einen Körper darstellen oder die eine Beziehung, die eben diese Person dann hat. Und damit kannst du eben merken, dass so eine Person eben gar nicht den Wunsch hat, große Freundschaften zu haben. Und wenn oft dann vielleicht nur eine Beziehung oder eine engere Beziehung. Okay, das war soweit wie gesagt. Das war jetzt nicht komplett. Einfach mal ein kleiner Ausschnitt, wie du dir eben auch so abstraktere Begriffe, Fakten einprägen kannst. Das war jetzt eher ein klinisches Beispiel. Das funktioniert natürlich auch für alle anderen Themen in der Vorklinik. Ob das Psychologie ist, Physiologie. Wenn du dir eben in kurzer Zeit noch spontan ein paar Fakten einprägen möchtest, funktioniert es mit deinem eigenen Körper wunderbar. Geht oft auch noch ein bisschen schneller, als wenn du dir erst noch einen Raum überlegst oder hernimmst. Deswegen, Körperroute ist meistens immer deswegen auch im letzten Video, das hier oben verlinkt ist, angesprochen eher so als Notfallroute. Denn wenn du, und das ist auch noch ein Tipp am Ende, wenn du eben mehrere Sachen ja auch langfristig einprägen möchtest, dann nimm lieber einen Raum, einen ganz normalen Gedächtnispalast, den du dir baust. Aber wenn du irgendwie spontan ja dir Sachen einprägen möchtest und gar nicht die Zeit hast, dir jetzt noch einen Raum zu überlegen oder zu überlegen, welchen Raum du dafür verwenden möchtest, nimm die Körperroute. Wenn du das dann vielleicht nur dir zwei, drei Tage merken möchtest, funktioniert es wunderbar. Ist dann eben auch gut, weil du fragst jetzt, okay, ich habe jetzt 10, 15 Punkte an meinem Körper. Dementsprechend viele Fakten kann man sich quasi nur einprägen. Und da ist es so, wenn du eben diese Körperroute verwendet hast und die nicht groß wiederholst, hast du das in ein paar Tagen vielleicht schon wieder vergessen und kannst dir damit die nächsten Sachen einprägen. Es ist leider so, dass es ganz ohne Wiederholen bei der Körperroute oder auch bei den Gedächtnispalästen einfach nicht geht. Allgemein beim Lernen aber ist es so und das wirst du auch aus eigener Erfahrung dann sicherlich bestätigen oder sagen können oder sehen, dass man eben mit Lerntechniken, gerade mit Gedächtnispalästen oder auch der Körperroute einfach enorm weniger wiederholen muss und sich dadurch schon mal Zeit spart, als wenn du dir das irgendwie stupide gefühlt hundertmal durchliest und die Hälfte dann gefühlt auch wieder vergessen ist. Was du auch machen kannst, wenn dein eigener Körper belegt ist, auch andere Körper oder andere Personen hernehmen. Das funktioniert natürlich auch gut. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. Wenn du dir jetzt zu einer Person nur zwei, drei Sachen, zwei, drei Fakten einprägen möchtest, kann ich dir auch den Tipp geben, nehmen ein paar markante Sachen, die die Person auszeichnet. Irgendwas, was dir auffällt, was sehr charakteristisch für die Person ist und verwende diese Körperstellen oder Regionen dann dafür, um dir dann die neuen Fakten einzuprägen. Dann kommst du auch weniger durcheinander. Wie gesagt, soll nur so eine Notfallroute sein. Was du aber auch machen kannst, du kannst Personen hernehmen und dir zum Beispiel einen Patienten vorstellen und die zwei, drei Hauptdiagnosen mit dieser Person verknüpfen. Und so kannst du dann eben auch im medizinischen Alltag dir zum Beispiel auch dann später im Beruf mal Patienten einprägen oder auch Kommilitonen, Kommilitoninnen im Praktikum und so weiter, um sich einfach den Namen zu merken, indem du dir einfach den Namen verbildlichst und verknüpfst mit der entsprechenden Person. Okay, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, du hast auch mal die Körperroute einfach ausprobiert. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du es ausprobiert hast, wie es dir gefallen hat. Wie gesagt, schreib mir auch gerne allgemein andere Themenvorschläge, die ich mal ansprechen oder besprechen soll hier auf YouTube. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonnier auf jeden Fall gerne auch den Kanal. Da tust du dir selbst eine Freude, weil du immer daran erinnert wirst, wenn ein neues Video kommst. Und ich freue mich genauso darüber und du unterstützt Happy Hippocampus und nicht damit. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Ausprobieren der Körperroute und allgemein auch beim Lernen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und schön, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Mach's gut. Ciao.